Wir lesen als erstes das Lege-Magazin. Für Antum-Takaroun hat der Ta-Tar-Bu-A-L-Qira-A-Hona. Ustaz Amira, munkin Al-Faqar al-Ur. Hallo Leute. Sorry, ich habe mich hier. Hallo Leute, das ist mein Stammbaum. Ratet mal, wie ich bin. Ich bin noch nicht bei Heiratet, lieber aber auch nicht allein. Denn ich habe eine große Familie, meine große Eltern. Bekommel oder ah? Okay, mach's. Ich habe eine große Familie. Ich werde jetzt schon kurz. Das ist mein Stammbaum. Stammbaum ist die Gesellschaft der Familie. Stamm ist die Gesellschaft von der Schenstamm. Baum ist die Gesellschaft. Der Stamm-Lohdei Ich bin noch nicht, fahe gertet. Lassstu mutazowjja, lebe aber auch nicht allein. Lebe aber auch nicht allein. Lebe aber auch nicht allein. Denn ich habe eine große Familie. Denn, lebe aber auch nicht allein. Jetzt ist Herr Ossama. Und der Maik ist nicht einfach. Ich sage dir, Herr Ossama. Können Sie die zweite Frage? Es ist alles gut, aber ich habe keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich bin der Maik. Sie ist sicher, Sie sind in der Ahnung. Sie sind in der Ahnung. Sie sind in der Ahnung, nur die See-Innen. Sie sind in der Ahnung. Aber die machen sich ja Z revenir. Ein Pro peek. Herr Meera, Sie sind nicht in der Ahnung, die sehen Sie in der Ahnung? Nein, ich habe sie nicht ergänzt. Ja, ich habe die Schaaf hier, also hier. Ah, okay. Das ist gut. Wie ist die Schaaf? Nein, nicht der Fall. Ich habe es zwei, diese Fakere. Meine große Eltern. Okay. Meine? Meine große Eltern. Meine große Eltern. Peterlich. 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 Leben in der Türkei. Sie 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 besitzen sie besitzen ein kleines Hotel. Amir Amir zusammen mit meiner Tante. Leila und mein Onkel Emre. Emre. leila hat Amir Er spricht Kuzin, aber er spricht Kuzin, Meinem Kuzin, Mutter, Murad und Meinem Kuzin, Kiraz. Sie sind beide 13 Jahre alt, genau, sie sind Zwillinge. Genau, super. Meine Großeltern leben in der Türkei, sie leben in der Türkei. Sie besitzen, Jemlikun, ein kleines Hotel. Am Meer, zusammen mit meiner Tante Leila und meinem Onkel. Onkel Amr und Tante Leila haben zwei Kinder, nämlich Hundröfling. Meinem Kuzin, Murad, Ibn Ammi, Murad und meine Kuzina, Kiraz und Bind Ammi. Sie sind beide 13 Jahre alt, also zwei, also zwei, also drei Jahre alt. Genau, genau, sie sind Zwillinge, sie sind Zwillinge. Und nun, meine Familie, Mutter Leisha, Mutter Elton, heißen Ahmet. Und die Beine, sie sind in den Punkt 6 Jahre alt. Ja, hier sind fünf Jahre alt. Ja, nach Deutschland. Ja, nach Deutschland. Nach Deutschland. Nach Sie sind in den 50 Jahren Mein Großvater, Jaddi, hatte einen tollen Job bei BMW. Meine Großmutter, Jaddi, war Hausfrau, hatte einen tollen Job. Ihr Sohn, Onkel Dennis, ist Friseur, Coiffeur. Ich arbeite in einem, ich arbeite in einem, Salon in der Stadt, ihre Tochter, also meine Mutter hat Regenburg. Regenburg, an der Uni Medizin studiert, dort hat sie auch. Mein Vater kennengelernt. Sie sind, kennen, 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 gelernt. Genau. Sie sind beide Hautärzte und haben eine Praxis zusammen. Und den Haushalt kommen sich meine Großeltern. Sie wohnen bei uns. Er arbeitet in einem Salon in der Stadt. Ihre Tochter, also meine Mutter, meine Ummi, hat in Regenburg an der Uni Medizin studiert. Sie studiert in Regenburg an der Uni Medizin studiert. Dort, hier, hat sie auch meinen Vater kennengelernt. Hier, hat sie auch meinen Vater kennengelernt. Hier, hat sie kennengelernt. Er hat sie kennengelernt. Sie sind beide Hautärzte. Er hat sie kennengelernt. Er hat sie kennengelernt. Er hat sie kennengelernt. Und er hat sie kennengelernt. Er hat eine Praxis zusammen. Er hat sie kennengelernt. Er hat sie kennengelernt. Um den Haushalt, der Umur al-Manzilia, kümmert sich meine Großeltern. Sie wohnen bei uns, sie wohnen bei uns, ich wohnen bei uns. Ust. Zamiro? Okay, okay. Ich habe zwei Geschwister, mein Bruder, mehr zu gehen in die sieben Klasse. Meine Geschwister sieben Klasse. Hier ist sieben mit der Nachteilung. Hier ist sieben. Die siebte Klasse. Meine Geschwister, sieben, macht eine Ausbildung zur Karanken. Geschwister. Und ich ach ja, habte ihr ist Ratin. Ich bin achtzehn Jahre alt. Und gehe her noch zur Schule. Ich will Lehrerin werden. Ja. Ich habe zwei Geschwister, ladeye ichotein. Mein Bruder Mert, Achimert, geht in die siebte Klasse. Ich habe die erste Eعدadi. Meine Schwester Zibel, auch die Zibel, macht eine Ausbildung. und ich mache die Tadribe. Ja. krank und schlafen. Von Merti, die die Merti, ich, und ich. Ach ja, okay. Ich habe die Ereignisse, das Khammentum. Ich bin achtzehn Jahre alt. Ich will l'hegern werden. Ich will l'hegern werden. Jetzt, Herr Frau, Sie haben Sie? Oft bringen wir unseren Urlaub bei meinem Großeltern in der Türkei. Wenn wir alle zusammen sind, lachen und reden wir tief in der Nacht. Ich bin sehr stolz auf meine Familie. Es gibt keine bessere. Wie sehr? Oft verbringen wir unseren Urlaub bei meinen Großeltern in der Türkei. Wenn wir alle zusammen sind, lachen und reden wir bis tief in die Nacht. Ich bin sehr stolz auf meine Familie. Ich bin sehr stolz auf meine Familie. Ich bin sehr stolz auf die Türkei. In dieser Türkei gibt es eine Frage. Ein Beispiel? Ein Beispiel. Okay. Jetzt gehen wir zur Türkei. In der Türkei 2. In der Türkei 23. 45. 15? Hallo? Hallo? Assalamu alaikum. Habt ihr schon wieder? Wir sind jetzt in der zweiten Ebene, auf 23. Und dann werden wir auf 3. Okay, das ist einfach nur das 5. Okay? Okay, okay. Die Familie. Die Familie ist eine deutsche Familie aus Lübeck. 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 Die Brüder. Heinrich. Mann. 18. 1 und 70. 18, 100, 1 und 70. Lübeck. 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 71. Neun, 10, 100, 50. Genau. Und der Thomas Mann. 18, 100, 5 und 70. 70. 70. Bei den 19, 100 und 5 und 50. Wie lang ist der Lübeck. 22. 21. prophecy. 30. 40, 50. 40, 50. 40, 50. 40. 30. 40. von Heinrich und Thomas Mann. Das sind jetzt zum Beispiel der Untertanen. Heinrich Mann, sowie Buddenbrox, der Zauberberg und Dr. Zauberberg und Dr. Zauberberg. Die Familie Mann ist eine deutsche Familie. Das sind die Brüder Heinrich Mann und Thomas Mann. Die Familie Mann und Dr. Zauberberg und Dr. Zauberberg und Dr. Zauberberg und Dr. Zauberberg. Wichtige Bücher von Heinrich und Thomas Mann sind zum Beispiel der Untertanen. Und Dr. Zauberberg und Dr. Zauberberg und Dr. Zauberberg. Nach dem Tod, der Vater von dem Vater, zieht die Familie, die Familie, die Mutter nach München, nach München. Zauberberg, die Familie, die Familie, die Familie, die Familie, nach München und Dr. Zauberberg und Dr. Zauberberg. Schau 20 W Paar Umso suscept rout favorite Opaar eenth Opaar weiß W Poole W Das ist Über Schau 20 Scheuer ninguém Untertitelung des ZDF, 2020 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 Im Juli, im Juni 1902 kommen Thomas und Katja zusammen mit ihrer Tochter Erenke wieder in die Schweiz. Und zurück, wie stirbt Thomas Mann 1955. Thomas Mann heiratet Katja Bringsheim. Die Tochter bin eines Münchner Professors. Mit ihr bekommt Thomas Mann sechs Kinder. Drei der Kinder, drei von ihnen, werden auch Schriftsteller, Erika Klaus und Golo Mann. 1929 bekommt Thomas Mann den Nobelpreis für Literatur für seinen Roman Buddenbrooks. In der Zeit von 1933 bis 1938 lebt die Familie Taish al-Usra in der Schweiz, wie Suisra. Und emigriert war Tuhajir 1938 in die USA, ila Ljusay. Im Juni 1952 kommen Thomas und Katja zusammen. Tehti Thomas und Katja zusammen mit ihrer Tochter Erika, mit ihrer Tochter Erika, wieder in die Schweiz zurück. Hier ist Thomas Mann, hier ist Thomas Mann, hier ist Thomas Mann 1955. Wie ist es? 23, aber wir sind fertig. Ja, wie geht es? Hatte Ladehi Soweit?